Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem COD Video. Heute kein Tag auf und zwar kommt morgen, das heißt wenn ihr es heute seht, übermorgen, also morgen, also heute, wenn ihr es gestern gesehen habt, also dann morgen guckt, das neue Season 2 Update, was ja um zwei Wochen verschoben wurde. Und da kann man ja davon ausgehen, dass wenn sowas zwei Wochen verschoben wird, dass da große Changes, großer Content, großer Inhalt endlich angeboten wird, denn wir spielen seit Oktober eine Beta für einen Vollpreis von 80 Euro und irgendwie hat man so ein bisschen bisher das Gefühl gehabt, kann ja auch einen täuschen, dass sie vergessen haben, dass wir 80 Euro für ein Game bezahlt haben. Und weil wir ja davon ausgehen, dass es nicht wie Battlefield 2042 wird, was spielbar ist nach zwei Jahren dann und die erste Season nach einem Jahr kam, COD nährt sich an, immerhin, da sind die auf jeden Fall sehr ähnlich, die beiden Spiele und Publisher, gehen wir mal durch die Roadmap durch und ich gebe euch die einzelnen Punkte, die jetzt dazu kommen. Ihr könnt es downloaden ab sofort, bei manchen wird es heute ein bisschen später sein, für die Playstation Xbox, 13 bis 17 Gigabyte soll es sein. 13 bis 17 Gigabyte klingt jetzt erstmal relativ viel, man muss ja auch bedenken, Museum, was wiederkommt, da kommen wir leicht drauf zu sprechen, ist ja auch eine große Map. Kommen wir zu dem ganzen Inhalt, den wir hier in MB2 Season 2 jetzt haben und haltet euch fest Leute, es wird atemberaubend, so als würde man einen Herzinfarkt bekommen. Dieser Teil hier, Warzone, kümmern wir uns als allererstes drum. Wir mögen einmal zu bedenken geben, Warzone 2 ist gratis, jeder kann das spielen, das heißt, das hier ist Support für einen freien Bereich, den wir nicht bezahlen und es kriegt einfach mehr als dieser kleine Bereich, für den wir gezahlt haben. Ashika Island kommt, es ist eine neue Karte, die man in DMZ, die man als Rebirth, Resurgence Modus spielen kann und als Warzone Modus, das heißt, es wird dann verkleinert sein, irgendwie 56 Spieler haben sie gesagt oder so. Das heißt, die Karte nutzen sie jetzt natürlich universal, sieht für mich relativ cool aus, ist so ein bisschen Japan-Theme bei dem Ganzen. Ob Plunder mit dabei ist, kann ich euch leider nicht sagen, ich weiß, viele von euch lieben Plunder, ich finde es auch witzig, da gab es aber bisher tatsächlich keine Info zu. Das heißt, Ashika Island, neue Rebirth und DMZ und sonstiges Karte. Dazu nagelneue Features, unter anderem, und das finde ich sehr faszinierend, ein neues Feature 1 gegen 1 Gulag. Das heißt, der Gulag, den sie ohne Not zu 2 gegen 2 geändert haben, der absolut beschissen war und den keiner haben wollte, ändern sie, weil die Spieler alle abgehauen sind, zu 1 gegen 1 zurück, was richtig ist, und nennen es neues Feature. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Neues Public Event, Datenklau, muss man gucken, was es ist, die meisten Events bisher waren ja eher unterste Kanone. Dann gibt es neue Redeploy Drones, die kommen natürlich erst in der Season, das heißt nicht am Anfang der Season, sondern in ein paar Wochen, weil, ja, kann jeder für sich selbst beantworten. Es gibt einen neuen Contract, der wird aber auch erst in der Season kommen, weil, naja, ich sag dazu nichts mehr. Dann bekommen wir Restore Honor Mechanic, das sieht aus wie Dog Tags, vielleicht ist das ein Modus, in dem man dann irgendwie Hundemarken sammeln kann, und mit gewissen Anzahlen an Hundemarken von Gegnern kann man Teammates wiederbeleben, so stelle ich mir das vor. Klingt auf jeden Fall erstmal cool, ich hoffe, dass sie da was Vernünftiges draus machen. Und dann Personal Watercraft ist also ein neues Fortbewegungsmittel für die Flüsse auf Al-Masra. Dann gibt es in DMZ eine neue Exclusion Zone, und bei DMZ könnt ihr ja ähnlich wie bei Apex auswählen mittlerweile zwischen, ich glaube, Farm 21 und eben ganz normal Al-Masra. Ihr könnt dann auch Ashika Island auswählen, das heißt, DMZ könnt ihr aktuell auf drei verschiedene Karten spielen, damit hat DMZ drei neue Karten bekommen, die wir so noch nicht kannten, als der Multiplayer. Dann gibt es einen neuen Boss, dieser neue Boss wird wahrscheinlich wieder, also er heißt Bomb Maker, und wird wahrscheinlich wieder in Verbindung stehen mit einer Aufgabe für eine der Waffen, die kommt, wie man es freischalten kann. Ich hoffe, dass es nicht wieder DMZ-Exclusive ist, das war letztes Mal schon ein Reinfall. Und ein neues Weapon Case gibt es, da wird man es wahrscheinlich aufbinden können und kriegt dann wieder Awards dafür. Das heißt, DMZ Warzone, eine halbe Seite. Kommen wir zu dem Teil, für den wir alle 80 Euro gezahlt haben, und bei dem man mittlerweile davon ausgehen kann, dass die Leute bei Infinity Ward vergessen haben, dass es den überhaupt gibt. Außerdem kann man sich fragen, was die eigentlich die ganze Zeit machen. Die Season wurde verschoben, wir warten seit fünf Monaten auf Content, und Raven Software macht Warzone, und Treyarch macht Rank Play, was übrigens jetzt kommt. Freut euch, und sieht auch sehr gut aus, ist halt Treyarch wieder gemacht. Und Sledgehammer macht dieses neue MB3-Verschnitt, oder was es sein soll. Ich frage mich wirklich, was Infinity Ward eigentlich macht, außer nichts können. Aber gut, es wird in der Season ein neuer Raid kommen, das heißt, auch das wieder in der Season. Ich weiß schon gar nicht mehr, für wie dumm die uns eigentlich halten. Rank Play startet morgen am 15. Gesamtes Update mit allem drum und dran, zwischen 16 und 19 GB auf der PlayStation 5 und Xbox. Warum so viel GB bei so wenig Content? Ich würde sagen, weil Museum, die kommt, eine sehr große Karte ist, und deswegen sehr viele Daten braucht. Zwei Karten, die wir bekommen, natürlich keine neuen Karten, was habt ihr erwartet? Dome haben wir zum vierten oder fünften Mal released jetzt. Finde ich super, dass es nachdem es letztes Jahr da war und in MB2 oder MB3 und danach und danach und danach und danach dann jetzt wiederkommt. Und bei deres Museum ist eine Karte, die als Release Map mit angepriesen wurde, war am ersten Beta-Wochenende drei, vier Stunden da. Ist so groß, dass man da 100 gegen 100 spielen kann und trotzdem keine Gegner findet. Wir dürfen sie jetzt in 6 gegen 6 spielen, nachdem sie am ersten Beta-Wochenende rausgeflogen ist. Angeblich wegen irgendwelchen legalen Copyright-Sachen. Ist jetzt auf jeden Fall wieder drin und ist neuer Content. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Dann bekommen wir Almalik International. Das ist eine neue Battle-Map, genauso wie Zaya Observatory. Witzigerweise sind die beiden Ground-War-Maps, die dazukommen, bereits ausgeschnittene Sachen aus der aktuellen Warzone-Karte. Also es ist wirklich, es ist absolut bodenlos. Dann bekommen wir Infekte zurück. Ein neuer Modus, nein, es ist kein neuer Modus. Aber Gun Game kriegen wir zurück. Das ist ja neu, das ist auch kein neuer Modus. Grind bekommen wir zurück. Das ist doch neu, oder? Nein, ist es auch nicht. Grind ist einfach, ihr müsst verschiedene oder eine Anzahl an Marken sammeln und die dann abgeben. Diesen Modus hatten wir auch schon in ganz vielen CODs. Witzigerweise finde ich, dass Gun Game und Infekte etwas ist, was eigentlich vom Release an dabei sein muss. Aber gut ist es nicht, was soll's. Drop Zone kommt in der Season. All or Nothing, kann ich euch nicht sagen, was es ist, kommt auch in der Season. Und One in the Chamber, einer der Fan-Favorites, kommt auch, aber auch in der Season. Das heißt, ihr bekommt am Anfang eine Scheißkarte für den Multiplayer. Eine Karte, die ihr in- und auswendig kennt. Rank Play, was für Public jetzt ja nicht gedacht ist. Und dann Infected und Gun Game und Grind. Moment, wenn ihr MW2 gerne spielen würdet und auf der Suche nach neuen Sachen seid, muss ich euch enttäuschen. Ihr werdet es diese Season nicht bekommen. Aber ihr könnt ja vier, fünf Monate warten. Dann wird bestimmt wieder was Neues dazukommen. Dann kriegen wir verschiedenste Waffen. Die sind ja auch nagelneu. Einmal die Hemlock. Moment mal, die Hemlock erinnert irgendwie ja auch an die Kilo. Könnte jetzt Zufall sein. Dazu kriegen wir die Broadside Shotgun. Gut, vielen Dank. Den Crossbow. Der ist nagelneu. Der ist nicht neu. Okay. Dann kriegen wir die Kodachis. Diese gottverdammten Dinger, die wir ja schon in MW19 hatten. Okay, sind auch kopiert, was soll's. Und den Tempus Turrent Marksman Rifle. Also noch eine neue DMR. Die kommt ihr aber auch erst in der Season und nicht am Anfang der Season. Weil sie wollen ja nicht, dass ihr überfordert seid mit all dem Content, den es hier gibt. Und dann gibt es nagelneu. Nein, das ist auch nicht neu. Ronin gab es als Operator in MW19 bereits. Haben sie wieder kopiert und eingefügt. Dann haben wir einen neuen Rose-Verschnitt. Und zwar Sheath Blade. Weiß jetzt nicht. Sieht jetzt nicht so cool aus, um ehrlich zu sein. Und Nova Roofless Pursuit. Haut mich jetzt auch nicht um. Dann gibt es zwei neue Packs. Und zwar Tracer Pack Ballistic Love und Tracer Pack Shinobi. Und das ist alles, auf das wir fünf Monate bald warten. Und wofür das Ganze zwei Monate verschoben wurde. Beziehungsweise zwei Wochen verschoben wurde. In diesem ganzen Blogpost sprechen sie darüber, was für ein geiles Update das ist. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das Einzige, was die meisten interessiert, Ashika Island sein wird. Nicht mal wegen Warzone, denn die Mechaniken von Warzone sind Grütze. Sondern als Rebirth-Modus. Und ich werde morgen im Stream, das heißt ihr seid herzlich willkommen auf Twitch, mir Rebirth angucken. Aber die Hoffnungen, die ich darin habe, sind sehr wenig. Denn egal wie gut die Karte ist, die Gameplay-Mechaniken, für die sich Infinity Ward aus welchem Grund auch immer entschieden hat, werden diesen Modus so gut wie unspielbar machen. Wenn ihr Multiplayer-Fans seid, dann wünsche ich euch weiter viel Spaß mit, ja, Shipment und Shootout. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Sie reden davon, Resurgency, Ashika Island, 30% größer als andere kleinere Karten bisher. Also 30% größer als Rebirth könnte man sagen. Dann hier einfach noch ein paar Images. Ich weiß nicht, warum Infinity Ward immer so Images hat. Ein Treyarch-Map hätte jetzt so richtig Farbfilter drauf, wo das hier so richtig grün wäre und so. Ich finde, auf so einen deprimierend aussehenden Farben zu spielen, ist immer sehr nervig. Aber sagt ja nichts über die Spielbarkeit der Karte erstmal aus. Das heißt, da sind die sehr stolz drauf. Stats sollen angeblich jetzt auch kommen. Aber alle Stats aus Warzone sind gelöscht und fangen jetzt von vorne an. Das heißt, wenn ihr 1000 Siege habt, wird es niemals jemand erfahren. Könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Multiplayer-Leaderboards wurde nichts drüber gesagt. Ich glaube, es wird keine Leaderboards für den Multiplayer geben. Warum auch? Der Multiplayer hat ja nur 80 Euro gekostet. Und am Ende sind wir alle selber schuld, weil wir es auch alle gekauft haben und gedacht haben, es könnte ja in irgendeiner Art und Weise besser werden. Dann gibt es hier noch ein neues Data-Haste. Also eigentlich nichts Interessantes mehr. Redeploy-Balloons, Drones in dem Sinne, haben wir auch aus dem alten COD, haben sie jetzt mit reingebracht. Es ist ein Upgrade, was sinnvoll ist im Game. Aber auf der anderen Seite zwischen gar nichts mehr kreativ hinbringen und unfähig sein ist auch ein schmaler Grad. Und ich spare mir jetzt meine Meinung zur Infinity Ward. Meiner Meinung nach haben sie dieses Jahr Sledgehammer als schlechteste Call of Duty Studio definitiv abgelöst. Also das, was wir dieses Jahr geboten bekommen, ist eine absolute Frechheit. Es ist wirklich grenzt an Betrug. Und jeder, der darauf gewartet hat, dass etwas Besseres jetzt kommt, wird sich da leider enttäuscht sehen, meine Freunde. Es tut mir auch leid. Ich persönlich bin weggewechselt und ich würde so gerne COD grinden. Aber ich kann es nervlich nicht, weil ich dann einfach durchdrehe. Für alle Rankplay-Leute spielen höchstens 1-2% der gesamten Community. Für euch freue ich mich aber sehr, denn Rankplay von Treyarch mit all den Änderungen dieses Jahr sieht wirklich richtig gut aus. Und ich werde Rankplay auch probieren und ich hoffe, ich hoffe für euch, dass Ranked sich gut spielt. Ich spiele Ranked in COD jetzt schon seit vier Monaten in MB2, denn jede Public Lobby fühlt sich auch an wie Ranked mit SBMM. Also mal gucken, wie es wird. Das ist eigentlich alles, Leute, was in einem groß angesehenen, erwarteten Update kommt. Ich glaube, an dem Punkt kann man einfach endgültig sagen, ihr braucht nicht mehr auf Content warten. Es wird keiner mehr kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lassen wir uns auch morgen einfach mal negativ überraschen. Einfach mal zur Abwechslung.